Okay, das war ja dann wahrscheinlich nicht die einzige Meisterschaft, an der du teilgenommen hast. Du hast ja vorher schon an Anfängern und so weiter teilgenommen in Amerika und so. Wie ging es dann weiter danach? Muss man am Ball bleiben, richtig? Ja, natürlich. Du willst es dir ja selbst beweisen und natürlich dann auch anderen. Wobei das ja wirklich nicht der ausschlaggebende Punkt sein sollte. Es sollte dir Spaß machen. Du sollst Spaß an dem haben, was du da tust. Ich habe in Amerika eben mehrere Stationen, was ich super fand. In Amerika haben sie das so, dass du kannst ja an verschiedenen Orten teilnehmen. Und am Ende, das wird von der Nail Pro gestaltet. Und am Ende wird alles zusammengezählt und dann gibt es ein Highscore. Und dann kannst du sehen, auf welchem Punkt du stehst, also wo du stehst. Und ich war tatsächlich, ich habe ja nicht überall in Amerika teilnehmen können, weil ich konnte nicht überall hinfliegen. Aber an gewissen Punkten war ich. Und obwohl ich nur drei Wochen sozusagen getourt habe und nicht das ganze Jahr über, war ich unter den ersten zehn in der Highscore-Liste. Und das war halt schon auf dem achten Platz damals, war schon halt geil. Und das war cool. Ich weiß noch, wir waren danach in Las Vegas im Casino. Ordentlich Geld gelassen. Ein bisschen Geld dort gelassen, genau. Eine hat sogar gewonnen, 800 Dollar, weiß ich noch. War super happy. Aber ja, ich habe in verschiedenen Ländern, Italien und so weiter, bei Meisterschaften teilgenommen. Aber hauptsächlich auch viel in Deutschland. Und meine Homebase war immer München gewesen. Das ist so, da hat es gestartet und ja, und damals gab es die erste Nailart-Meisterschaft auch dann irgendwann. Und ich habe bei beiden Kategorien teilgenommen, also bei French. Ist das das, wo man auch verkleidet wird und die Modelle dann beschrieben werden? Genau, genau, genau. Und ich habe bei French teilgenommen, wie auch für Nailart teilgenommen. Und mein Ziel war eigentlich nur für Nailart zu gewinnen. Das andere war, und da hat in French, habe ich schon so oft gewonnen oder so oft Preise abgesennt. Es war nicht das Relevanteste. Ich wollte die erste Nailart-Meisterschaft gewinnen. Gleichzeitig wurde ich auch noch von der Kamera begleitet, von CDF damals. Stimmt, genau das erzählt. Genau, und dann willst du ja das dann auch irgendwie dann doch gut abschneiden. Und wenn ich das finde bei YouTube, verlinke ich es euch nur unten. Ich kann dir den Link geben. Schaut mich nicht an. Ja, ein paar Jahre her und so. Ist ja ein paar Jahre her. Und man ist wahrscheinlich auch aufgeregt und fertig. Ja, genau, und auf jeden Fall hatte ich die Nailart-Meisterschaft tatsächlich gewonnen. Und am nächsten Tag war French. Und da war ja mein Fokus nicht mehr drauf. Und ich weiß noch, wie wir alle zusammen unten gesessen sind und darauf gewartet haben, dass wir aufgerufen werden. Und neben mir, die Dame, die hat noch gesagt, Gott sei Dank müssen wir nicht gleich alle oben sein. Und dann sage ich, Gott sei Dank müssen wir nicht gleich oben stehen. Und ich so, wieso, mich hat das nie gestört, wenn wir da in der Reihe oben gestanden sind. Ja, nee, das magst du nicht, dieses Warten dort und so weiter. Und dann hier unten ist es cool und sagt, ich mag das da oben stehen. Ich gewinne gerne. Ich habe dann so spaßhalber gesagt, ja, ich gewinne auch gerne. Und während wir so geplauscht haben, haben sie schon immer die Namen vom Drittplatzierten, vom Zweitplatzierten. Und wir haben immer gratuliert. Und dann reden wir so. Und erster Platz geht an Milena Bogasov. Und ich so, was? Das war wieder so überall. Ich? Ja, also damit habe ich nicht gerechnet. Tatsächlich nicht. Und ich weiß noch, wie mal jemand gesagt hat, man kann nur in einem Gut sein, im Technischen oder im Kreativen. Und ich konnte an dem Wochenende beweisen, dass es beides geht. Und dass beides aber auch zusammenhängt. Weil du kannst noch so kreativ sein, aber wenn das Technische nicht passt, dann sieht der Nagel immer irgendwie scheiße aus, ganz ehrlich. Was ist denn bei French? Wo kommt es denn darauf an, dass man da gewinnt? Also es gibt Punkte, die Dicke der C-Kurve. Oder wird das vorliegen, wie es aussehen muss? Genau, es gibt ganz, ganz strikte Vorgehensweise oder Vorgehensweise. Die Herrlein selber darf nicht dicker wie ein bis zwei Millimeter, also wie Pferdehaar, sagt man. Dann auch die Dicke komplett vom Aufbau. Also es kommt nicht nur auf den French an, sondern auf das Gesamtbild. Genau, die Seitenlinien, die unteren Seitenlinien, sind die parallel zueinander, sind die gleich hoch. Wenn du von vorne reinguckst, ist der Tunnel an jedem gleich gebogen. Ist der Aufbau, wenn du sie so von der Seite anguckst, immer an jedem Finger identisch. Längen sind sehr wichtig. Man macht nicht nur einen Finger, sondern alle Finger. Eine Hand? Alle. Alle zehn. Alle zehn. Und bei manchen Meisterschaften ist es so, du machst fünf French und fünf dann einfach clear und lackierst sie rot. Bei anderen Meisterschaften ist es so, alle zehn French und eine wird rot lackiert. Dann gibt es Meisterschaften, wo du nur fünf machst und eine ist nur rot angemalt. Es ist immer nach der Regel, aber dann ist auch die Zeit gekürzt. Und genau, also im Prinzip kommt Punkt für hinten, der Übergang, ist der sauber gefeilt. Auch die Ränder sind die sauber, kommen die Seitenlinien bündig mit dem Nagel raus und so weiter und so fort. Also es standen sehr, sehr, sehr viele Punkte. Auch dann die Dicke von der freien Spitze sind die identisch hoch und so weiter und so. Du hast noch mal erzählt, dass das Pinschen eigentlich von der Meisterschaft kommt, ne? Genau, genau. Wir haben die Möglichkeit gesucht, Nägel schmäler zu kriegen, sodass du die Seitenlinien nicht kaputt machst. Und dann hat man ein Werkzeug im Modellbau gefunden. Das ist die Pinschklemme. Das ist die Pinschklemme, genau. Und die wurde sozusagen umgewandelt und damit haben wir dann angefangen zu Pinschen. Genau. Und viele haben es auch sehr exzessiv betrieben, dadurch auch Nagelplatten kaputt gemacht und so. Also es muss da auch, dass es noch schmäler, noch schlanker ist, die Modellage. Und ich weiß noch, es gibt einen Nell-Designer, der war auch Koryphäer in seinem Gebiet und so. Und dem ist tatsächlich immer passiert, dass das die Nagelplatte komplett weggeflogen ist vom Pinsch. Krass. Die Nagelplatte? Die komplett abgelöst. Was hat denn er für Gummis da an die Pinschkleidung dran gemacht? Ich weiß das nicht. Einfach zu fest. Das muss ja mit der Schraubzwinge quasi gewesen sein. Ja, es war zu viel für die Nagelplatte. Ja, also aufpassen auf jeden Fall. Also grundsätzlich mit Pinschen. Grundsätzlich aufpassen und beim Pinschen auch. Es sieht immer so easy aus, einfach mit Klemme dran machen. Aber da kann schon einiges schief gehen. Ja, cool. Oder nicht cool, besser gesagt. Ja, und jetzt hast du schon mehr im Studlus gehabt. Wir haben gerade kurz drüber geplauscht. Ein Studio, dann das andere und jetzt das dritte Studio. Immer einen Tacken höher angesetzt. Ja, genau. Und jetzt bist du hier in deinem neuen Studio. Wir zeigen gleich auch nochmal ein paar Bilder. Wie ist es zu dieser Laufbahn gekommen? Ja, wie ich schon vorhin erzählt habe, für mich war immer klar, ich möchte mein eigenes haben. Und in den Dimensionen, wie ich heute bin, habe ich damals nicht gedacht. Das definitiv nicht. Think big. Ja, ja, also es heißt ja Think big. Ja, aber das habe ich da nicht. Weil das, was ich mir vorgestellt habe, war schon für mich big genug. Also das ist so, die Frage ist, wo ist für dich big? Also wo ist für dich groß? Ja, und für mich war das damals schon so, boah krass, keine 40 Quadratmeter mitten in München. Und ja, und da hatte ich dann Seminare gehalten und Nägel gemacht und dann kamen irgendwann auch Mitarbeiter dazu und ganz schnell haben wir die Räume dann ausgewachsen. Die waren dann einfach zu klein und haben zwei Jahre später, also anders, ja doch zwei Jahre später hatten wir dann die Möglichkeit gehabt, in andere Räume umzuziehen. Das war dann Nummer zwei. Das war dann Nummer zwei und das war auch so eine ganz lustige Geschichte, weil ich bin jeden Tag an diesem Studio vorbeigelaufen und habe gedacht, eigentlich wäre das ein schönes Studio für mich. Und dann kommt es tatsächlich so. Und dann irgendwann habe ich gehört, ja, sie möchte umziehen und so und dann wiederum, dass sie sich vergrößern will oder halt noch Mitarbeiter sucht und so. Nee, du gehst jetzt nicht rein, fragst nicht, das ist peinlich. Ja, wenn es sein sollte, dann wird das schon so sein. Ja, und dann wirst du es schon kriegen. Und dann drei Tage später stand sie in der Tür und meinte, ob ich jemanden kennen würde, der kleinere Räume hätte. Sie würde sich gerne verkleinern. Ja, es kommt immer so, wie es kommen soll, ne? Genau. Ja, und dann hattest du dann ein zweites Studio, ne? Genau, das zweite Studio. Und das habe ich dann sozusagen geteilt mit meiner damaligen Geschäftspartnerin. Und ja, und da waren wir jetzt zwölf Jahre dran. Und da habt ihr nicht nur Nägel gemacht, ne? Nee, wir haben dann tatsächlich Palette an Beauty ausgeschöpft und haben alles angeboten, wofür sich der Kunde interessiert hat natürlich, von der Kosmetik, Fußpflege und so weiter. Und da bist du auch ganz stark drin, ne? Fußpflege hast du da auch? Genau, genau, genau. Ich habe den Punkt, also ich sage extra nicht medizinische, weil das medizinisch ausgesprochen ist eigentlich Podologie, aber die medizinische Fußpflege habe ich gelernt. Würdest du sagen, es lohnt sich auf jeden Fall das mitzunehmen? Definitiv. Also ich würde es ja, weil das habe ich eben gemerkt damals, als ich das kleine Studio schon aufgemacht habe, ich habe gedacht, okay, ich mache jetzt ein Nagelstudio auf und dann kamen die Kunden und machen sie auch Füße. Die wollten gar keine Nägel, die wollten Füße haben. Vor allem im Sommer, ne? Also es lohnt sich dann doch schon nochmal in die Richtung zu denken. Genau, und das war der Grund, warum ich dann halt nochmal eine Zusatzausbildung gemacht habe. Vor allem, du, man hat ja die meisten Produkte da, ne? Schiller. Genau, genau. Warum nicht auch noch das machen, ne? Und ja, und dann hat sich wirklich bei uns so 50-50, würde ich mal sagen. Also die Kunden, die für Hände kommen, kommen meistens auch alle für die Füße. Und was für mich nochmal was Besonderes war, gerade bei den Füßen, die Kunden sind dankbarer wie bei den Händen. Okay. Ja. Weil die meisten schämen sich für ihre Füße. Okay, und dann gehen sie mit deinem neuen Gefühl raus. Genau. Ja. Ja. Endlich auf eine Schuhe tragen. Ja, genau. Oh, meine Füße sind ja so schön. Oh, wow. Geil. Genau. Ja. Ja. Aber das ist ja nicht alles, ne? Du machst ja auch noch Gesichtsbehandlung und all sowas. Genau, und Gesichtsbehandlung, also Kosmetik. Ich habe ja damit gestartet eigentlich, bevor, genau, Kosmetikbehandlungen. Und, aber es ist nicht jetzt mein absolutes Spezialgebiet. Kunden meinen, ich mache das sehr, sehr gut. Ich habe dieses Feingefühl und so weiter und so, dass sie sich auch wohlfühlen können. Aber mein Spezialgebiet ist mega. Also es ist einfach, das ist auch immer so geblieben. Ja. Was hast du für einen Kundentyp? Schlicht oder eher Nailart extrem? Schlicht. Schlicht. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin auch dankbar dafür. Denn, als ich angefangen habe, wollte ich nur Nailart machen. Ich liebe Nailart. Das ist ja auch das, was die meisten auch lieben, ne? Ja, genau. Dieses künstlerische auf den Nagel austoben, ne? Aber, ja. Ich liebe Nailart und ich habe schon Kronleuchterfingernägeln gezaubert, ja. Aber, ähm, Geld verdienen tust du nicht mit Nailart. Außer du wirst von irgendeiner Firma gebucht, die, äh, die... Flammen. Genau. Flammen haben möchte. Flammen haben möchte oder extrem irgendwas, ja. Aber im Grunde verdienst du damit nicht, weil der ganz normale Autonomalverbraucher, der möchte schlichte Fingernägel und vielleicht mal ein Steinchen oder vielleicht mal ein Glitzer oder irgendwas. Aber, ähm, ich, ähm, selber, ähm, also ich, ich habe zwar ein paar Kunden, die das gerne haben wollen, und ich sehe es im Vergleich. Für eine Kundin, die, wo ich dann drei Stunden an Nägeln arbeite, ja, weil die lang und bunt und so weiter, ähm, bekomme ich viel weniger, äh, eingenommen, wie wenn ich drei Schallackkunden zum Beispiel... Wenn du das runterrechnest auf so Minute oder so, dann... Genau, genau, genau. Kommt die Wahrheit raus, ne? Genau. Das hatte ich gestern auch auf der Messe, habe ich auch so mit so ein paar Nageldesignern gesprochen und die meinten auch.